Welche Wirkung haben Räucherstäbchen? Warum verwendet man im Yoga gerne Räucherstäbchen? Warum werden im Buddhismus und im Hinduismus Räucherstäbchen verwendet? Räucherstäbchen haben einen besonderen Duft, der erhebend ist und der für die Meditation zuträglich ist. Die Räucherstäbchen haben also als Wirkung den menschlichen Geist in eine meditative Stimmung zu bringen auch eine Stimmung der Anbetung und der Verehrung. Verschiedene Räucherstäbchen haben eine unterschiedliche Wirkung. Manche sind mir frisch, manche machen mir den Geist klar, manche befähigen mir zur Konzentration, manche Gerüche sind so ein bisschen mehr mit Liebe und Ehrerbietung verbunden. Du kannst dir das aneignen und du kannst auch spüren, verschiedene Räucherstäbchen auszuprobieren und so merkst du, welche Wirkung die Räucherstäbchen auf dich haben. Und es gibt natürlich auch im Internet Beschreibungen, welche Räucherstäbchen welche Wirkung haben. Aber allgemein, Räucherstäbchen sollen der Meditation helfen, sollen für eine spirituelle Erfahrung verhelfen und sollen helfen, letztlich Gott zu spüren. Und dann werden wir die Räucherstäbchen verhelfen. Und dann werden wir die Räucherstäbchen verhelfen. Und dann werden wir die Räucherstäbchen verhelfen. Und dann werden wir die Räucherstäbchen verhelfen.